Eigentum zerstört, Kleidung von Teamkollegen vorsätzlich gefährdet, Angst und Schrecken mit Quote 8 verbreitet, und das sind nur die inoffiziellen Messungen. Ohne Pass stehen Sie nicht mehr unter dem Schutz von Noblesse und Ihrer Versicherung. Auch der Import-Export-Sender wird Sie so nicht mehr unterstützen, wie Sie sicherlich bereits geahnt haben. Da wir gerade dabei sind, kündige auch ich hiermit offiziell unsere Freundschaft. Was ist jetzt rein hypothetisch? Sollten wir uns nochmal treffen? Und Sie dürften reden, was so wahrscheinlich niemals mehr vorkommen wird. Aber falls doch, dann wäre mir lieber, Sie würden mich nicht mit Du ansprechen. So etwas macht mich nachhaltig zornig. Wir sind ja keine Freunde. Der Gesichtsausdruck verrät mir, was Sie verstanden haben. Dunkelziffer, Sie haben ja Angst! Ha, 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 ha! Herzlich willkommen auf der anderen Seite des Folterkomplexes! Im Adventsbunker wird nämlich jede Gefangene von Tag zu Tag ein Stockwerk tiefer vergeben. Damit sparen sich die Gefangene das zählende Tage, da die Nummer des Untergeschosses die genaue Aufenthaltszeit in Tagen anzeigt. Wer tot ist, hilft in der Küche mit, wenn Sie mich verstehen. Jede Stadt bleibt es anders als freie statische mentalische Netzprogramme, so dass unsere Insassen bessere Menschen machen sollen. Und hier hätte man Unterkunft, so besser wäre der Mensch. Schöne Idee, nicht wahr? Niemand weiß, ob viele Stockwerke es tatsächlich gibt für die Werte der untersten Ebenen, um sich jedenfalls nicht mehr an die Unterfläche zurückzukommen, weil Jahresurlaub nicht ausreichend nach oben und wieder zurück zu gelangen. Bewegt wird eigentlich durchaus zu bewältigen, allerdings kosten die massiven Sicherheitsvorkehrungen zu viel Zeit. Und auch Geld. Und wer nicht verspricht, ist Schnelltürt und familienlos? Deshalb hört man von unten nichts als Jammern und Klagen. Und das nicht nur von den Wändlern. Schnelltürt. Die unendliche Kiste. Diese sagenumfobene unendliche Kiste. Kann niemals mehr werden. Denn sie beinhaltet absolut alles. Und vieles davon gibt es sogar doppelt zum Tauschen. Es ist eine geniale Kiste für jemanden, der sammelt. Und sie ist nicht schwerer als ein Klavier. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020